ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir sind heute wieder dabei heute kommen wir damit ein bisschen machen und zwar wir haben ja hier noch das ganze viertel also alle viertel noch haben wir tatsächlich hier und ich würde gerne hier unten weitermachen mit ziertel center market district kann man noch nicht also das sind noch mal sachen aber ich würde hier unten nämlich gerne jetzt einfach weiter zu machen und zwar die mobile konnten und sind gerade zerstört von den von den jungs ja die unten sind auch noch ein viertel also wir sind noch ein bisschen wir haben noch ein bisschen zu tun in diesem let's play auf jeden fall so ist es dann fangen wir damit auf jeden fall an eine kamera die kann man dir auch mitnehmen noch also wie gesagt ich mache dieses viertel hier rund so step by step würde ich sagen ja dann geht es los da ist die kamera jetzt geht das schon wieder los jetzt kommen die wieder mit wie schmeckt das jetzt kommt über alle gelaufen oder was wollte von mir ja die kamera ist jetzt mal weg ich nehme jetzt erstmal den jungs jetzt noch ein bisschen die kameras weg so dies geschichte kamera so die sind beschäftigt oh ja ich möchte nicht mehr so diesen tod da sind die ist noch einer so habe ich den jetzt oder was jawohl so So, auch die sind hier, also die sind Geschichte. Ich muss sicher wieder ein bisschen leben. Oh, du willst mich ärgern. So. Auch ziehen. So, du bist Geschichte, mein Freund. Ah, das sind mal Gegner, oder? So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 mein Gott so oh hallo so ich muss heute ein bisschen Energie tanken so wie viele sind es nämlich auch nicht mehr oh hallo so ja was sagen die noch gleich übers Passiv Rauchen gleich ich spiele hier auf den Zierdl beim ersten Teil jetzt mit dem zweiten Teil jetzt muss ich rauchen jetzt muss ich rauchen so viel Rauch das Signal gefällt den Geist aus da kommt da 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 das war's damit ist die Kommande zentral von den Jungs besiegt und die Stadt müsste einiges wieder anlegen Wunderbar das müssen wir auch immer noch machen wir haben jetzt wieder ein bisschen Arbeit vor uns richtig da hoch ein paar Explosionsscherben nehmen wir mit wunderbar und ich hatte da doch nur noch 58% nur so nebenbei gerade 56 ja so was haben wir denn hier noch schön ist in der Stadt hier sind noch eine also das ist der Viertelklar der ist noch nicht gesperrt das kriegen wir eine Ahnung das machen wir schon alles noch heute wahrscheinlich nie mehr ich vielleicht morgen und übermorgen ich habe keine Ahnung aber wir machen uns jetzt mal ein bisschen auf hier weiterzuarbeiten so eigentlich erstmal die Kamera da rum wo sind die die gucken wir heute wegen der versteckten Kamera die muss also irgendwo da über den Bäumen liegen gut also die muss in diesem Gebiet hier irgendwo liegen da muss ein Schilds haben mit 99 Cent Rooms so die Frage ist wo ist dieses Schild dann weiß ich ungefähr wo es ist ich glaube meine Info muss die Kamera aber hier oben irgendwo sollen die muss aber irgendwo hier oben sein oder bin ich richtig da falsch die liegt die muss ja so rechts die muss ja so da oben um die Ecke sitzen hier ist dieses Schild was ich meine da oben ist sie das war keine Absicht Entschuldigung ich habe euch verwechselt noch genug so wie sie verhindert aber erledigt wir bleiben wie gesagt komplett auf der guten Schiene wir wollen nichts irgendwie damit zu tun haben dass wir böse sind sondern wir könnten jetzt hier schon bald irgendwann den Dings holen gut dann machen wir mal einen Baumkuchen ich muss mich wieder hochsetzen so hat er es gesprüht so definitiv fertig ich habe Lohnkuchen abgeschlossen 40% also wenn wir jetzt wirklich pro Folge ein Viertel fertig machen das ist ja cool da oben ist nämlich eine weitere Drohne warte mal die ist irgendwo da oben ist da liegt sie ok ihr wollt also über die Fresse haben mein Freund super hör mal die so der ist ergeben ja ja so einmal kurz den machen shit so einmal kurz den Jungen da hochholen jetzt war keine Absicht ich will das Auto zerschlagen so einmal Auto zerstört so w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020